Servus die Marung und grüß euch die Burm. Ja, wir haben wieder mal tolles Wetter. Alle sind unterwegs und da muss ich mich ein bisschen abseiteln, abseits. Ich bin hier wieder herum bei Kanuntum, bei den Ausgrabungen, und werde mich hier hinten wieder zu dem kleinen Teil schlagen. Da waren wir auch schon mal und dann weiter runter an die Donau waren die Beine verdreht. Schauen wir, was wir sehen werden. Also, gehen wir. Ja, wir gehen da jetzt wieder auf den Teich zu. Schauen wir mal, wie viel Wasser drin ist, was wir entdecken werden. Ich hab keine Ahnung. Lass mich einfach überraschen. Ja, der regt hier richtig schön, idyllisch und ruhig. Schauen wir weiter vor. Ja, da ist das Wasser vom Walzenring. Sicher noch ein bisschen schmutzig, sieht man nicht so viel. Ja, wir schauen weiter zu Toma. Ja, wir sehen uns auch wieder. Cool. Ich halte dir noch mal. Ja, wir sehen uns auch als Wasser hier. Wie ihr hört, wird hier die Ruhe im Mainz gestört, hier ist dauernd ein Polizeihilzschraub im Einsatz, der fliegt die Donau rauf und ab, keine Ahnung ob hier was passiert ist oder ob die den suchen, aber wir sind gleich auf der Donau draußen, dann sehen wir das Gerät sowieso. Ja mit dem Bärlauch muss man sich schon beeilen, der ist schon fast verblüht und die Blätter werden jetzt teilweise schon gelb, also wer noch Bärlauch will schnell holen. Ja da hat man mir sogar eine Bank hergestellt, na super. Ja Freunde, wie ich sehe, entweder ist hier wirklich was passiert, oder hier ist nur ein Einsatz, da ist die Feuerwehr, mit 1, 2, 3, 4, 5 Booten, na ich schau mir das von da jetzt mal an. Ja, wie man sehen kann, die sind hier mit Trauricht unterwegs. Ja, ich wurde gerade gefragt, es ist eine Person abgängig, die ist ins Wasser gefallen. Im Bildungsmauer oben, daher auch der Hubschrauber und hier wird gesucht auf Teufel komm raus. Ja auf alle Fälle, ich habe die Telefonnummer von der Feuerwehr, falls ich hier irgendwen treffe, dann melde ich das natürlich. Wir suchen schon alle Badler, alles mögliche. Hier ist großer Einsatz abgeboten. Die Suche läuft hier auf Hochtouren. Ja auch hier wieder die Feuerwehr im Einsatz mit dem Boot. Und ja, Helikopter ist keiner mehr da, entweder ist der schon abgezogen. Oder er sucht noch weiter Strom aufwärts. Ich werde einmal in die nächste Bucht schauen. Ja, ich werde auch hier am Rand schauen, ob ich hier was sehe. Ich hoffe, ich finde niemanden. Ja, da vorne kann man das Schild sehen, hier ist der Treppelweg aus. Da geht es auch nicht mehr weiter. Und hier sehe ich auch nicht mehr auf die Donau. Also drehe ich wieder um und gehe auf das Platz, wo ich war. So wie es ausschaut, kommt der Helikopter jetzt retour von der Polizei. Wir haben auf alle Fälle die Suchkamera vorne montiert. Und suchen jetzt alles ab nochmal. Ja, auf alle Fälle bin ich da in Action Pur reingekommen. Dadurch, dass der Polizeihubschrauber immer noch sucht, dürfte der noch nicht gefunden sein. Ja, ich mache mir es da jetzt einmal gemütlich. Ich mache mir ein Käfchen und werde das Ganze weiter beobachten. Der ist leer und Strom abwärts geht es natürlich mit Volldampf voraus. Ja, die legen wir auch wieder ab. Die haben wir angelegt gehabt. Und ihr kann nur noch zu verteuern. Und wir machen jetzt einmal noch Häfchen. Ja, ihr werdet schauen, aber ich habe heute einmal wieder meinen Blutkoch 71 dabei. Ja, hier wäre es egal gewesen. Hier hätte ich auch den Spiritus verwenden können. Ja, und da hängt schon. Gibt auch heute noch ein Käfchen. Ja, ich glaube, das ist soweit. Hier kommen wir runter. Hier runter. Hier runter. Schau mal. Ja, Freunde, so traurig die Aktion auch ging. Aber wie gesagt, ich hoffe, das geht positiv aus. Aber jetzt grüße ich einmal wieder meine ganzen Krankensaison und meine Gesunden. Und Prost euch einmal ordentlich zu. Prost, Freunde. Ich schau mal wieder. Am Anfang. Ich schau mal wieder. Ja, ich schau mal wieder. Ich schau mal wieder. Das sieht jetzt aus. Herrlich, ich geh jetzt auswaschen. Pack dann zusammen und schau schön langsam wieder heimwärts. Super, das war's. Da geht's weiter. So, bahnkornlose Stiefel, wie aus Kurkund. Genau. Ja, wie erwähnt, ich bin am Rückweg. Die Sonne hat sich etwas hinter den Wolken versteckt. Was gar nicht so unangenehm ist. Ein bisschen ein Lüftchen. Ja, da geht es sich gleich viel angenehmer. Ja, jetzt habe ich noch ein paar hundert Meter bis zum Auto. Und dann melde ich mich noch einmal bei euch. So, Freunde. Ich bin gleich beim Auto angekommen. Sag wieder Danke fürs Mitlaufen, fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und servastimal. Pfiat euch die Burm.